hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge so letzte folge noch mal meine blauflossentonel beendet und jetzt geht es zu dem mit dem pinken abteil folge den pinken fischen ja genau also immer zum metro map und dann und da oben ist und Ja, hinke Pfotenstation. Na, mal gucken. Ist hier schon ein Flieger? Oh, ne. Ich hab heute Loch. Was ist das denn? Dann gehst du auch weiter runter. Gucken wir uns trotzdem erstmal hier oben. Hey, wer bist du denn? Hallöchen. Jetzt können wir runter. Oh, ein Herz, Digga. Hm. So, links und rechts hab ich jetzt aber nichts gesehen, ne. Also keinen weiteren Stecker. Ah, ist einer. Diese Rodeo fährt hier. Auf ihren Rombi, ne. Oder Rombi? Das ist wirklich süß. Das ist wirklich süß. Das ist wirklich süß. Außerabgezählt nicht, dass du noch ein Händler bist. Hier können wir noch einen Arthek kaufen. Hier sind wir wieder bei der Hauptstation. Hier dürfen wir aber noch nicht durch. Und hier haben wir noch einen Krieger. Achita. Bow down. So gut, ich komme jedes Wochenende her. Hier ist noch ein Stecker. Ich stecke da gerade die Zunge raus. Freundliche Besitzer, gute Kreise. Vier Sterne, nur. Da ist wieder dieser Snatcher-Token. Okay, wir müssen da rüber und von da aus dann... Er ist noch links oder was? Und da haben wir auch noch ein Gully-Deckel. Aber wir haben ja wahrscheinlich mitgekriegt, dass in Gully-Deckel auch noch mal so Zeitstücke rumlungen. Ah, wir checken erstmal hier die Seite, oder? Ach, wie komme ich hier... Baby... Che-chan? Ba- Baby- Mode. Baby Mode? No, Babi- Mode. Das ist dann Babi. Das ist Babi. Müsste eigentlich Babymode sein, oder? Nur mit Doppel B. Können wir noch was kaufen? Hatten Hund? Hatten Hund? Als Profilbild. Wir haben eine krasse Sodamaschine. Haben die Hundes in dem Spiel? Und Sticker? Ja. Das ist ja, in meinem gut zu schaden. Ich werde mir das wieder schaden. Und dann kann der sich das nicht mit dem Spiel vorbereiten. Das ist im Ernst. Oh. So, was ist denn hier dringend? Warn ich schon. Haben wir gerade auch weiter oder was? Oh. Äh, Timing ist hier alle müde. Yay. Wir wurden auf jeden Fall rot noch, ne? Ach, die Dings sind wir gerade. Mein Onkel wurde hier ausgeraubt. Guter Eisgrimm. What? Haben wir den kleinen Kind? Oh, die Kinder ausgeräst werden müssen. Ich hoffe, dass sie witter nicht. Schöpfe nicht. Schöpfe nicht. Schöpfe? Guten Tag. Da oben ist es. Hier ist noch ein kleines Stückchen. Da ist auch noch etwas am Glänzen. Also nach unten fallen, keine Option. Hier ist noch ein kleines Stückchen. 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 Das ist noch ein kleines Stückchen. Hier sind noch eine reine Merlin. Hey, ich bin ein Sticker da unten. das ist immer noch immer noch ja auch wieder flüchtig mehr da sind nicht ich weiß ich weiß was ich habe, dass ich einen neuen weh shhh raus mir ist mir verbreitet na Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe ein Jahrzehnt. Ich habe ein Jahrzehnt. Und habe ich alles, was ich wollte. Schau! Ich arbeite als Schwerfer für mehr Geld. Aber ich habe noch nicht diesen Super-Limiter-Rare-Rite-Robo-Cat. Du... Du weißt, dass du für sie kannst. Was? 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 Es war ein Burger-Bin, die hier immer stopt. Was? 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 � What? No, you go. I don't want to run there. Ist das richtig? Und doch. Wir probieren es mal von hier. Ja dann! Danke! Sehr schön. Ich hab irgendwo anders, nur einen anderen Sticker gesehen, aber... Ah, hier. Da war... Oh, frech. Ich glaub das war's, oder? Der Anstecker zeigt mir auch nix mehr gerade. 50! Ich weiß gar nicht, wieviel gibt's denn eigentlich ins Gesamtglobe 54 oder so? Ich bin mir da gar nicht so sicher gerade. Was? Du kennst das deal, kiddo! Hand es auf! Was? Ich bin... Weißt du... Are you enjoying your stay in my metro? There's people from all over here. It's the perfect place for a little lying, a little cheating, a little stealing. You've almost earned yourself a real cut of the action here. Almost. What did he show me now? Yeah. dann kann ich da jetzt überall durch oder grün gelb blau und pink das dürfte ich glaube ich überall durch aber uns fehlt immer noch ein neuer hut player für den reis den eiskopf so ist gut wenn wir alles neuen flair bekommen für die hexe sogar zwei aber für den eis nicht guck mal hier kohleberg wird ja mal größer leute man gerade gehabt die pinke foten station in alles aber endlich das ist ja gut vielen dank fürs zuschauen leute bis zum nächsten folge die